Das Rando Race geht in eine neue Runde. Diesmal dabei, Volo, Johnny, Cornel, Ricky und Nerdy. Das erste große Rando Race wird ein E-Sports-Event der Extraklasse. 10 Spiele, 10 Stunden lang, Donkey Kong Country 1, Super Mario Land 2, Sonic Adventure 2, Binding of Isaac, New Super Mario Bros DS, Minecraft, Pokémon Feuer Rot, Banjo-Kazooie, Super Mario Sunshine und natürlich Super Mario 64 Randomizer. Doch das Ganze wird alles andere als leicht. Wobei, es reicht ja, wenn ich groß bin, ne? Das ist safe! Huuu! Mit einem Master of the motherfucking Universe. Mein Fettin-Animator! 12. September, 10 Uhr. Rando Race. Der etwas andere E-Sport. »Monster« Untertitelung des ZDF, 2020